Zurück, mein Name ist Marius Ebert. Es geht in Teil 2 um den Posten nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Und das ist ein Punkt, der gehört in den Bereich Bilanzanalyse. Oder man kann auch Bilanzpolitik sagen. Bilanzpolitik ist das, was das Unternehmen zeigt und Bilanzanalyse ist das, was der externe Bilanzleser interpretiert. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag und wir haben im Teil 1 gesehen, dass das ein Posten ist, der in der Bilanz des Unternehmens auf der Aktivseite auftaucht. Und wir haben den Begriff geklärt und ich habe Ihnen gezeigt, wie so etwas entsteht. Zunächst mal rein technisch. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, ursprünglich mal hatte das Unternehmen hier auf der Passivseite Eigenkapital. Und wir haben gesehen, dass dieses Eigenkapital im Laufe der Jahre immer, immer weniger wurde, bis es dann irgendwann mal vielleicht Null war oder sogar schon sofort ins Negativ gegangen ist. Und wenn dieses Eigenkapital dann negativ wird, nehmen wir an, hier ist sozusagen die Wasseroberfläche und das Eigenkapital wird dann negativ, also Minus. Ja, hier oben ist dann noch Plus und hier unten ist Minus. Also zwei Jahre später sind wir nur noch hier im Minus. Dann taucht das auf der Aktivseite wieder auf als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Und wir haben auch gesehen, das bedeutet im Wesentlichen zwei Dinge. Einmal, das Unternehmen hat nur noch Schulden. Ja, kein Eigenkapital mehr. Kein Eigenkapital. Nur noch Schulden. Das Eigenkapital ist aufgezehrt. Und die Vermögenswerte auf der Aktivseite decken die Schulden nicht. So, das war zunächst eine technische Erklärung in Teil 1. In Teil 2 die Frage, wie kann es dazu kommen? Denn diese Vorgänge, die ich gerade beschrieben habe, die passieren ja nicht einfach so, sondern stecken natürlich wirtschaftliche Vorgänge dahinter. Und dahinter wiederum stecken psychologische Vorgänge. Wir haben also gesehen, wir haben beobachtet in der Regel einen schleichenden Prozess. In der Regel passiert so etwas nicht ruckartig, sondern über Jahre ist ein Eigenkapital, ich habe es im Teil 1 vorgemacht von sagen wir 150.000, immer weiter gesunken, ja, bis es dann, wenn hier die Linie ist, irgendwann negativ wurde. Und ich habe es jetzt mal über vier Jahre gemacht. Möglicherweise sind es dann auch noch fünf oder sechs oder sieben Jahre. Das Eigenkapital wird also immer weiter aufgezehrt. EK wird aufgezehrt. Und irgendwann wird das Eigenkapital negativ, sodass die Vermögenswerte noch nicht mal die Schulden decken. Also hier, wenn das Eigenkapital bei Null ist, hat man nur noch Schulden, kein Eigenkapital mehr. Und wenn das Eigenkapital dann hier jenseits, also bis hier, hat man nur noch Schulden, wenn es hier bei Null ist, ja, vorher hat man noch ein bisschen was, aber dann hat man nur noch Schulden. Und wenn man hier rechts davon ist, dass das Eigenkapital negativ wird, dann wandert das Ganze auf die Aktivseite, ist also mit anderen Worten, man kann es auch kürzer sagen, ein negatives Eigenkapital. Ja, ein negatives Eigenkapital. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag kann man auch nennen, ein negatives Eigenkapital. Das Ganze ist ein schleichender Prozess. Und das wiederum bedeutet, dass man über Jahre, über Jahre in diesem Unternehmen ein unfähiges, Management, ein unfähiges Management dieses Unternehmens oder eine, was das Gleiche ist, eine unfähige Geschäftsführung, einen unfähigen Vorstand. Ja, wenn es eine AG ist, das gilt für eine AG. Und wenn es hier eine GmbH ist, dann gilt das für die GmbH mit dem Geschäftsführer. Management ist der Oberbegriff. Also ein unfähiges Management, eine unfähige Unternehmensleitung könnte man auch sagen. Bei einer GmbH ist es ein unfähiger Geschäftsführer oder mehrere, bei der AG ein unfähiger Vorstand oder mehrere. Warum ist das so? Wie gesagt, es ist ein schleichender Prozess. Das heißt also, man hat im Jahr 1, im Jahr 2, im Jahr 3, im Jahr 4, im Jahr 5, im Jahr 6 Verlust, 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 Verlust. Irgendwann, weil diese ganzen Verlustposten ja immer aufs Eigenkapital gehen, das heißt vom Eigenkapital abgezogen werden, ist man irgendwann, sagen wir, im Jahr 4, ist man so weit, dass das Eigenkapital negativ wird. Ich habe das ausführlich beschrieben. Das Ganze ist also ein schleichender Prozess über Jahre. Und jetzt ist Verlust nichts Schlimmes oder Böses, wenn das einmal passiert. Und vielleicht ist es auch nichts Schlimmes oder Böses, wenn es zweimal passiert. Aber wenn das hier fortlaufend passiert, und das will ich deutlich machen, wenn das hier fortlaufend passiert, dann haben wir eine unfähige Geschäftsführung bzw. einen unfähigen Vorstand, weil denen offensichtlich über die ganzen vielen Jahre, im Jahr 1, im Jahr 2, im Jahr 3, im Jahr 4, im Jahr 5, im Jahr 6 nichts eingefallen ist, um diese Entwicklung hier zu stoppen und umzudrehen, dass das wieder Richtung Gewinn geht. Das ist die Essenz. Und wenn Sie jetzt fragen, wie kann es denn sein, dass man hier ein unfähiges Management hat, über Jahre, über Jahre ist das in der Regel. Wie kann so etwas sein? Wie geht so etwas? Nun, Sie werden in 99% der Fälle Folgekonstellation finden. Sie werden feststellen, dass die Geschäftsführer oder der Vorstand, noch einmal Geschäftsführer bezieht sich auf die GmbH und Vorstand bezieht sich auf die AG, dass die gleichzeitig Eigentümer sind. Das heißt, der Vorstand ist gleichzeitig Hauptaktionär. Oder einer der Hauptaktionäre. Und die Geschäftsführung ist gleichzeitig Gesellschafter. Auf dieser Seite Gesellschafter und Aktionäre, das sind die Eigentümer des Unternehmens. Und das ist in der Regel der Hintergrund. Denn wenn ein Vorstand oder ein Geschäftsführer über Jahre Verluste produziert, und zwar so viel, dass dann irgendwann das Eigenkapital aufgezehrt ist und auf der Aktivseite als negatives Eigenkapital erscheint, wird man mit diesem Vorstand was machen? Man wird ihn feuern. So sind die Regeln im Wirtschaftsleben. Man wird diesen Vorstand feuern. Wenn aber der Vorstand gleichzeitig Hauptaktionär ist, dann wird ein unfähiger Vorstand sich in der Regel nicht selber feuern. Wir haben also in der Essenz zwei Dinge. Wir haben ein unfähiges Management, entweder Geschäftsführer oder Vorstand, je nach Rechtsform der Kapitalgesellschaft. Und wir haben die Konstellation Geschäftsführer bzw. Vorstand gleichzeitig Eigentümer. Das ist in aller Regel die Konstellation. Wenn Sie das feststellen, ich hatte Ihnen die Seite schon gesagt, ich zeige es nochmal ganz kurz. Also wir haben hier die Seite www.bundesanzeiger.de. Da geben Sie Untersuchbegriff, geben Sie den Namen des Unternehmens ein, muss eine Kapitalgesellschaft sein. Und Untersuchbereich geben Sie ein Rechnungslesung Finanzberichte. Und dann bekommen Sie zeitlich verzögert, ich habe das erklärt, zeitlich verzögert bekommen Sie dann den Jahresabschluss. Denken Sie bitte daran, wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben, das dieses kaufmännische UND verwendet, mal gucken, ob ich das jetzt hier hinkriege, dass diese geschwungene Acht, ich glaube so etwas aus, also wenn so ein Unternehmen sich S und M nennt, und dieses kaufmännische UND hier verwendet, dann müssen Sie bitte bei Bundesanzeiger, müssen Sie bitte auch hier in diesem Fenster Untersuchbegriff dieses kaufmännische UND eingeben und dann unter aller Bereiche auf Rechnungslegung Finanzberichte und dann auf Suchen und dann bekommen Sie die Informationen. Und wenn Sie dann sich so eine Bilanz anschauen, wie gesagt, Bilanz kriegen Sie immer, bei einer kleinen Kapitalgesellschaft kriegen Sie keine G und V, ja, da gibt es verkürzte Publizitätspflichten. Und wenn Sie hier das negative Eigenkapital finden, dann wissen Sie jetzt, was das in der Interpretation bedeutet. Nicht nur, wie es technisch entstanden ist, sondern auch, was es in der Interpretation bedeutet. Ja, wenn Ihnen dieses Gebiet Spaß macht, man nennt es Bilanzanalyse oder Bilanzpolitik, dann klicken Sie doch einfach mal auf den Link unter dem Video. Ja, hier ist ein Link und wenn Sie auf diesen Link klicken und dann auf der Seite, die erscheint, Ihre E-Mail eintragen, bekommen Sie gratis und unverbindlich Inärenimpulse, völlig ohne Risiko. Sie können sie auch wieder austragen, wenn Sie es nicht mehr wollen. Aber wenn Sie Spaß an diesem Gebiet haben und Sie sehen, ja, hier, das kann Spaß machen, dass man hier solche Dinge erkennen kann und interpretieren kann, es ist also mehr als nur trockene Zahlen, da steckt Leben dahinter, dann tragen Sie Ihre E-Mail ein und Sie kriegen gratis Lernimpulse. Alles Gute, Marius Ebert.